Hi Freunde, das ist mein erstes YouTube-Video und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also schreibt einfach in die Kommentare, was ich machen soll. Also jetzt wie zum Beispiel auf der PS3 Black Ops, Computerspiele oder Cartoons, kann man ja auch noch machen. Schreibt einfach in die Kommentare und ich stimme einfach ab. Und das Beste entscheidet denn, okay?